Feurig und zusammen, herzlich willkommen zurück zu StoneBlock 2 Zusammen mit BlueFox, C-Light, Fünf, Mia, Onish, Hanks, Sora, Titi Und Nish, der jetzt gerade erst auf den Server kommt Ich bin Knuffel Habe ich irgendwen vergessen? Weitere Spiele nicht Ich bin sauer Ich bin Knuffel Ich bin ein blauer Fuchs Die haben mich schon wieder umgebracht Oh, jetzt heult er deswegen wieder auf Hey, du bist in der letzten Aufnahmesession so wenig gestorben Das war doch okay jetzt Ja, ich war ja nicht da Was? Stimmt, deswegen Ich bin wenig gestorben? Ja Weniger als ich In der ganzen Session Leute fanden das im Übrigen sehr mutig von mir, dass ich mich mit Mia angelegt habe Ich will das nur nochmal sagen Haben aber alle schon in dem Moment, wo es dann Auf jeden Fall Rache gefordert In dem Moment, wo ich es dann gemacht habe, haben sie schon gesagt Ripp Baloui War dann schon klar, was da passiert So und jetzt bitte erklär mir mal irgendjemand, warum Oni so gemein ist und mein Inventar ständig vollmögen Mach das wieder rückgängig, Oni Ich denke, das machen, ich bin doch ja nicht bei dir Ja, aber du hast das Player Interface benutzt Also mach das wieder weg Hä? Das verstehe ich jetzt wieder nicht Ich auch nicht Oh, Oni Sag mal, kriege ich irgendwie auf irgendeine leichte Art Mob-Essenz Langs Nein, also die, womit man mehr Mobs spawnen kann Hier gibt es heute Mord und Hutschlag, glaube ich Äh, in dem du Ganz normal Hab dich lieb, Fögens Ja, das ist nämlich das Problem Ich muss also Du bist der Knufffeld Ich muss also weitere Mobs töten Die Oni dann endlich Oni, wie weit ist denn deine Mob-Farm? Darf ich mal gucken, komm? Ja, wenn ich mal wüsste, wie weit der Fuchs das hier plant Warte, wir gucken mal Das leg ich ja einfach mal hier rein Hier ist ja Wow Das ist genauso viel wie vor 10 Folgen Ich bin doch stolz auf dich Ich hab da jetzt nie eine Mob-Farm gebaut Guck mal Teddy hat er das für ihn gemacht Weil ich nicht weiß, wie weit der Fuchs hier plant Mit dem Gang oder was das sein soll Geräumig, würde ich sagen Geräumig Hier können die Mobs auf jeden Fall spawnen Soll ich dir den Drop-of-Evil schon mal hinsetzen? Du hast da hinten schon einmal den Drop-of-Evil Was war das jetzt? Ruhe Und war so doof Das habe ich schon letztes Mal gemacht Weil der hat er gehauen hat Da ist schon wieder Hallo Ich hab eine Mob-Farm gebaut Hey, warum machst du das auf? Bist du dumm? Wieso setze ich Kuchen? Was? Das ist nicht Wer immer das hier auch gerade zerstört hat Hat jetzt ein Problem mit mir War da überhaupt einer? Ja, ein gewisser Erzähler Ich war das, glaube ich Oh, ich geh wieder Ja, der ist auch gerade schon gestorben Das war auch verdient Ja, ich weiß nicht Oh, ich hab noch zwei Funksköpfe brauchen Dann hab ich wieder zwei Funksköpfe lassen Irgendwann, wenn ich sterbe, krieg ich Funksköpfe Ja Was? Vielleicht ist das ein Bug und du droppst generell Funksköpfe Und nicht deine Okay Okay Hallo 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 Hey, ich war das nicht Achso, entschuldigung Oh, nisch 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 Sollte mal aufhören? Was soll denn das? Hallo, könnt ihr euch mal ein Liebster haben? Titti, sag doch mal was Du bist hier schließlich diejenige, die für Ruhe und Ordnung sorgt Ich? Ja, und dass sie sich alle lieb haben Mach mal Habt euch alle lieb Danke Habt euch alle lieb Aua Hörer Fuchs Aua Super, ich fall ins Loch Wie komm ich hier hoch? Das ist nötig Äh, hier vorne ist ein Elevator Ja, ich hab's gefunden Wo ist mein Grab? Weißt du, wo ich stehen geblieben bin? Ich wollte Wither Skeletten Skulls haben Was hab ich nicht gekriegt bisher? Wither Skeletten Skulls Hm? Und fehlt Das ist liebewichtig Doch, für mich ist das wichtig Ja, guck mal Ach Fings So, vorübergehendes Autocrafting Sag mal, Uni, können wir nicht eine Mobfarm outsourcen in seinem Miniaturblock? Bisschen eng Auch in der größten Stufe? 13x13, das würde gehen Das wäre doch eine coole Idee, oder? Ja, aber so 15x5 oder 7x7 Chunks Aua Hast du gerade den Dino gehauen? Aus Versehen Hast du gerade den Dino gehauen? Oh, unglaublich Ich überlege gerade halt, ob du so eine Mobfarm to go bauen könntest Weil ich brauche halt diese Mobessenz Und du kriegst ja nicht so einfach Du bist nicht fanoui Du bist so racucos Okay, jetzt reicht Jetzt reicht Wo haben wir die Tinkersachen? Könnt ihr euch mal lieb haben? Ich verstehe nicht, was ich immer machen Wir müssen die ganzen Gräber einsammeln Die Tinkersachen Und ich möchte schon wieder Zeug Hör auf, jetzt damit Und ich mach, dass das aufhört Mach doch ja nichts Oh, nicht mach, dass das aufhört Sofort Ich mache nichts Und du zieh meinen Kopf aus Nein Könnt ihr euch mal lieb haben, bitte Piep, piep, piep Habt euch alle lieb Oh, kleiner Fuchs Guck mal Seid doch mal so vorbildlich wie Titi Die hat noch ihren Kopf gar nicht da hängen Mir hängt nur länger Also ein Fingst Grab Super Ich hab ein Grab von dir gelootet Wo hast du das? Sag mal, geht's euch noch gut? Ich hab Ähm, kompakt Einfach den größten kompakter Dann machen wir da Also ich gebe dir noch eine Chance Du machst, dass das aufhört Mein Inventar voll zu müllen Und ich lass dich am Leben Sagst du das Falsche stirbst du Gibt es eine Nether-Dimension? Nein, ne, gab es nicht Wo Skeletten spawnen Nein Was kann man Sinnvolles machen? Mal als Frage Hey Louis, mach mir ein Skelett-Spawn Und ich hau die alle kaputt Oh nie Ich weiß ja nicht, wie ich einen Skelettenspawner mache Und einer macht, dass das aufhört Dass mein Inventar vollgemüllt wird Oh, eventuell hab ich gerade was gefunden Hier ist doch NIO drauf, oder? Ja, damit habe ich aber noch nie gearbeitet Was einfallen? Power-Spawner? Ja, ich sehe gerade Power-Spawner Weg, Hilfe Entschuldigung Ich probier mal Frau Dino, nein Bleiben Sie doch bitte da Nein, nein, nein Ich hab nur noch Steine Ich wollte sie wirklich nicht haben Ich möchte diesen Stahl nicht kaufen Aber, aber, Dino Was ist denn? Der ärgert mich Der macht mein Inventar immer voll Müll Aber, aber könnt ihr euch nicht mehr vertragen? Doch Aber ich mag das jetzt nicht mehr Ich sammle jetzt Shanks auf Der läuft mir hier zu viel durch die Gegend Wo ist Shanks eigentlich? Wie kann er eigentlich mitspielen ohne mitzuspielen? Da, da ist jetzt Shanks Ich hab keinen Platz Ich kann das nicht bauen zum Schrumpfen Hier ist alles voll gebaut Aber, Uni Aber, Uni Was ist bei Louis? Weiß nicht, die sagen alle immer aber ohne Ich wollte einfach nur mal mithelfen Achso Vielleicht hast du es nicht gehört und deswegen aber, Uni Aber, könnte ich nun auch mal die ganzen Bad Points löschen? U U Die sagen es in jeder Aufnahmesession U Guck mal, da hat ein Flatter Maus, äh, ein Flatter Shanks Was soll das hier? Oh, damit werden erst mal Pettern gequafelt Du Scheiße Gibt's eigentlich noch die Kopfwand? Äh, äh Das ist eine Allee Aber weißt du, weißt du, wessen Kopf komplett fehlt bisher? Tittis Von Tittis ist nicht ein einziger Kopf, Danisch Nicht einer Doch, das sind ganz viele Äpfel Ja? Aber vom Blufock sind auch viel zu wenige Bungs, übertreibst dich Lila Ja? Weißt du, ich mach doch gar nix Ja, schau mal Auß Ich werd geschlagen Wer hat mich geschlagen? Schau mal das Gelbe Schau mal das Gelbe Gelbe? Das Gelbe Crafting Channel Oh Gott Ah, okay Weinen nicht, wenn der Regen fällt Dam, dam Dam, dam Kannst du gerne weiter verarbeiten Ohhhh Dann kann ich's direkt zieht Ja Kannst du gleich was Produktives machen im Vergleich zu den ganzen Verrückten Dam 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 Willst du den Kopf weg tun? Nein Die Leute hassen uns Nyauu Warum machst du miau die ganze Zeit? Warte, das ist ein Fuchs 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 Aber what does the Fox say? Miau 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 Äh, nee Apropos Apropos what does the Fox say, Walui Der Blufox und ich, wir würden uns beide beschweren Bei wem? Bei dir Bei dir Warum? Ja, erstens, du kannst nicht schreiben Du solltest es lassen Ich hab das einfach irgendwie geschrieben Und zweitens, du hast uns beleidigt Das, was du geschrieben hast, ist eine ganz böse Beleidigung Äh, hier kommt später das Autographing rein Allerdings nur das böse ME Ganz schlimm Du ich auch Wir müssen doch irgendwo Autographing-Maschinen unterbringen Wer macht denn da gerade in Soulmate Machst du da gerade was so rum? Ja, wir melden das der Peter Bei Peter? Das System läuft jetzt Wer, wer hat die, 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 die Wer benutzt den Soulbinder gerade? Von euch? Oh Schenks Schenks Hier Nisch Da hinten dein Chicken Warum Schenks? Warum du? Schenks jetzt Ein Saltschattinchen Ja Ich hab ein Saltschicken, das sieht Äh, Nisch letztendlich Ach, der kämpft sich noch mit den Squids rum Okay Ich verstehe es Müsste eigentlich immer noch leben, wenn es keiner gekillt hat Also ich hab's Schenks So 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 Jetzt hab ich einen Powered Spawner Wie funktioniert denn das? Ja Du brauchst jetzt ne, äh, Soulvile Ich weiß, die ist auch grad nicht in Ordnung Äh, wir brauchen noch mehr Wie ne Soulvile Wie viel brauchst du? Äh, drei, dann hab ich wieder ne Wie, wie krieg ich denn ne Soulvile Skelett? Wo bist du? Du brauchst die Soulvile an sich Erstmal Ja, das ist ja nicht so schwierig, da muss ich ja nur dieses, äh, Solarium machen, oder? Ja Ja, das haben wir schon Ja, ist aber nicht im System Ja, das ist aber in den Trollen Die hat sich für sich zur Seite gebraucht Ähm, Leute, mal ne Frage Können wir diese Wand jetzt hier eigentlich abbauen? Und wenn ja, wo, wo, ähm Und warum lag bei mir ständig alle? Nee, ist kein Solarium, da ist hier nix drin Aber hier in der Kiste Oh Welche Wand? Ich hab schon 10, 10, 10er davon gemacht Ja, die ist einer von Stimmt, das wurde bisher noch nicht eingelagert Welche Wand, äh, Fuchs Und dann suchst du irgendwo ein Ja, dann bau die irgendwo hin, wo man die von einem Flieg benutzen kann, die Maschinen Ja Okay Dann muss ich eine Seele von so einem Geist, also ein Geist fangen, oder? Du musst jetzt so ein Skelett suchen, du klickst mir das so weit rauf und hast es dann eingefangen Das ist egal, welch, also ich, es muss nur ein Skelett sein, oder kann es direkt ein Wizard-Skeletten sein? Genau, ein Wizard-Skeletten sein Komm, kannst du mir direkt irgendwo einen Raum machen, wo ich dann alles automatisieren kann Och man, welcher Affe hat denn meine Mob-Farm abgerissen? Oh Boni Kein Grund zu schreien Ja, warte, das klingt keiner, oder? Zieleicht? Was? Okay, ich dreh das Blade jetzt runter Ich hab's dem nur zugeblaut Geblaut Was? Geblaut Ich muss jetzt gerade erstmal hier meinen Magneten ausmachen, weil Fins müllt mich gerade zu Hast du wirklich meine Mob-Farm abgerissen? Ich hab die zu gebaut Zu Da ist nichts zu gebaut Da ist abgerissen worden Also ich weiß nicht Das war ich nicht Wer war das von euch? Wer, wer, wer kennt sich schuldig? Weiß nicht, aber... Ich bin schuld, ich war zwar nicht da, aber ich bin schuld Nicht so funktioniert das nicht Wer hat meine Mob-Farm kaputt gemacht? Wer hat an der Uhr gedreht? 3 3 3 5 Juhu Jetzt bin ich sauer Ihr könnt das nicht einfach machen Wer wollte nicht das da ausens Vor allen Dingen steht da auch gerade keiner zu Warum sagt's denn keiner? Ja wahrscheinlich weil es keiner war Cool Wahrscheinlich derjenige der stumm ist In Gold müssten die Gold-Ingiz mit ein Upgrade rein Wer kann schreien? Wir haben die Gold-Chest Die Gold-Dwarfen-Volk Ach so Okay Ich mach's schon Fünx Da kann man nicht tun so was Nicht boykottieren Ich mach's schon Fünx Ich tu dir die Maschinen die mir zugeflogen sind hier in die äh äh Was? Walui ist traurig jetzt vor allen Dingen Warum habt ihr den Blauli traurig gemacht? Ja wir es können Ach du schuldest Weil ich nicht verstehe weil ich falsch gemacht habe Das würde ich auch sagen Ich kann mit dem Walui gar nicht schimpfen wenn der traurig ist Das ist nicht richtig Gehen die jetzt bitte? Wie ist es halt auch keiner war anscheinend Das geht 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 Du brauchst nur einen Was ist denn kaputt? Ah das ist die Maschine? Nein nein weiß ich Was ist denn kaputt? Was ist denn kaputt? Die hatte ja eine Opfarm gebaut und die haben sie kaputt gemacht Warum auch immer Da kann man uns rüsten Da kann uns keiner mehr böse sein Ja das musst du dann machen Klufer Ich hab nur das Ja und staunt Stau Ist das gerade aber schön Wow ein normaler Schenks Ist kaputt gegangen? Haben wir irgendwo noch rufen Es ist keine Fledermaus Ja was ist kaputt hier? Was? Ja wenn es keine Fledermaus mehr ist was ist dann? Ah ein Flederdienst Es ist normal ein Enderfries Das kann ich mir nicht vorstellen Ein Endermonster ist es Achja wenn ihr die so eine Enderfrau sagt er doch immer oder nicht er wird eine Enderfrau ja eigentlich schon das ist voll lustig er kann er mir jetzt nicht sagen ein Enderhuhn ist er vielleicht er blubbert das geht direkt in die äh in die äh Maschine hat die Fledermaus mich grad gehauen oben in die Kiste da kann die doch gar nicht eine kleine Fledermaus du könntest nicht beißen hast du mich gehauen warum macht der das wer der Left Click eingestellt ich hab da nichts eingestellt weil ich die Maschine nicht kenne ja da hat jemand Angst vor meiner Rache und deswegen sagt er nicht dass er es war ich würd echt wissen wer das war welcher Bekloppte naja das mit dem Ofen war ich weil ich gerade Ofen brauchte ich hab einfach den bloß hingestellt ja und dann setzt du ihn direkt über die Druhe damit man nicht ich hab den rausgenommen rechts geklickt ach Leute jetzt schreibt doch nicht so hart ich hab schon gehört wir dürfen nicht mehr schreien aufmachen ja eine Gesprächsrunde das sind ja nicht herzlich willkommen bei Blaulies Gruppentherapie und deswegen weil die Gruppentherapie jetzt beendet ist beenden wir auch die Folge deswegen Leute wer immer das hier auch war das gibt Ärger ja ihr seid alle ich bin schuld du warst das warum ich war ja nicht da Du bist auch nichts zu gebrauchen Nicht mal zum Schuld auf sich nehmen Macht's gut, bis zur nächsten Folge Kommt bei Völkens immer bei und Bleibt schön feurig, tschüss Tschüss Tschüss